Wie zeigt man, dass eine Funktion punktsymmetrisch ist? Wir haben die Formel, die wir anwenden. Wir kennen die Formel für Punktsymmetrie einer Funktion f von a minus x plus f von a plus x muss 2 mal b sein. Wobei a ist der x-Wert vom Symmetriepunkt, in dem Fall also minus 2, b ist der y-Wert vom Symmetriepunkt, in dem Fall also 1. Auf unsere Aufgabe bezogen bedeutet das also f von minus 2 minus x plus f von n minus 2 plus x muss das gleiche sein wie 2 mal 1. Theoretisch war es das im Wesentlichen. Ab jetzt kommt nur noch eine blöde Rechnerei und die geht ziemlich lang. Aber von der Idee her, vom Denken, sind wir eigentlich fast durch. Das heißt, ich nehme jetzt mal eine Funktion her und schreibe statt jedem x erstmal minus 2 minus x auf. Also, 2 mal statt x schreibe ich minus 2 minus x. Minus 2 minus x hoch 3 plus 12 mal statt dem x schreibe ich wieder minus 2 minus x auf. Plus 14 mal statt dem x wieder minus 2 minus x minus 3. Und damit habe ich schon mal, also das ist jetzt f von minus 2 minus x. Plus, jetzt kommt mein f von minus 2 plus x. F von 2 minus x, das nehme ich wieder die Funktion her und statt jedem x schreibe ich minus 2 plus x. Also, statt dem x schreibe ich minus 2 plus x hoch 3. Plus 12 mal statt dem x wieder minus 2 plus x hoch 2. Plus 14 mal statt x wieder das minus 2 plus x. Jetzt habe ich f von minus 2 plus x und drüben steht, 2 mal 1 sind 2. Klammern auflösen. Moment, hier habe ich ein hoch 2 vergessen. So, jetzt passt. Klammern auflösen. Ich habe hier Klammer hoch 2, Klammer hoch 3, hier Klammer hoch 2, hier Klammer hoch 3. Fangen wir erstmal an mit hier minus 2 plus x hoch 2. Das ist eine binomische Formel. a² minus 2² gibt 4. Plus 2ab, 2 mal minus 2 mal x sind minus 4x. b² sind x hoch 2. Wenn ich die linke Klammer betrachte, minus 2 minus x, heißt es nur, dass ich überall Minusse habe. Wenn ich minus 2 quadriere, bleibe ich bei plus 4, minus 2ab, heißt 2 mal minus 2 mal minus x sind plus 4x. Und minus x² sind auch wieder plus x². Das heißt, der Fall ist genau das gleiche, nur dass ich überall mit Minusse starte und habe im Ergebnis überall Plus drin. Wenn Ihnen das nicht klar ist, rechnen Sie es einfach nochmal neu aus. Die Klammer hoch 3, heißt minus 2 plus x hoch 3, heißt das ist minus 2 plus x², also 4 minus 4x plus x², mal und dann nochmal eine Klammer, minus 2 plus x. Da muss ich jedes mit jedem ausmultiplizieren. 4 mal minus 2 sind minus 8, 4 mal x sind 4x. Minus 4x mal minus 2 sind plus 8x. Minus 4x mal x sind minus 4x hoch 2. x² mal minus 2 sind minus 2x². x² und x² mal x sind x hoch 3. Um das jetzt, ah, kann man noch zusammenfassen. Minus 8x, äh, minus 8x-technisch habe ich 4x plus 8x sind 12x. Minus 4x² minus 2x² sind minus 6x² und das plus x hoch 3 bleibt. Damit ich das gleichzeitig mit dem Fall noch mache. Da habe ich ja überall Minusse. Ich weiß, in dem Fall hatte diese Klammer dieser Term überall plus stehen. Also habe ich hier überall plus und hier überall minus. Ich rechne also jedes Mal plus mal minus, wenn ich die ausmultipliziere. Deswegen habe ich hier überall Minusse stehen. Deswegen wird man auch Endergebnis überall Minusse stehen haben. Auch hier gilt, wenn Ihnen das nicht klar ist, müssen Sie halt einfach alles nochmal ausmultiplizieren. Geht dann ziemlich lang, Sie müssen tausend Klammern verrechnen, aber Sie werden es hinkriegen. Also, jetzt fangen wir an. Zweimal. Dieses minus 2 minus x hoch 3 ist der Term, dass überall Minusse stehen. Also, minus 8, minus 12x, minus 6x hoch 2 und minus x hoch 3. Plus 12 mal, dann kommt die Klammer Quadrat. Klammer Quadrat heißt, es war das plus 4 plus 4x plus x². Quadrat. 4 plus 4x plus x². 14 mal, die Klammer kann ich auflösen. 14 mal minus 2 sind minus 28. 14 mal minus x sind minus 14x. Minus 3. Plus, da kommt dieser Teil. 2 mal, 2 mal, minus 2 plus x hoch 3. Das ist hier dieser Term. Das sind minus 8 plus 12x minus 6x² plus x hoch 3. Also, minus 8 plus 12x minus 6x² plus x hoch 3. Plus, 12 mal, minus 2 plus x² habe ich hier. 4 minus 4x plus x². Plus, plus 14 mal, minus 2 sind minus 28. 14 mal x sind 14x. Minus 3 und das Ganze ist 2. Das muss ich jetzt mal so reinquetschen. Also, falls Sie einen Überblick verloren haben bisher. Das, was ich bisher gemacht habe, war eigentlich schon das Schlimmste. Ich habe nämlich eigentlich nur Klammern aufgelöst als Nebenrechnung. diese Klammer hoch 2 gerechnet, die Klammer hoch 3 gerechnet. Einmal habe ich 2 Klammern, die ich miteinander multipliziere. Einmal habe ich 3 Klammern. Genau das gleiche hier gemacht. Das ist theoretisch nicht sehr schwer, aber zeitaufwendig. Wenn also nicht klar ist, was ich hier abgekürzt habe, rechnen Sie es einfach durch. Wie gesagt, das sollte Sie nicht überfordern. Es ist nur zeitaufwendig. So, die Nebenrechnung mache ich hier jetzt weg. Die brauche ich nicht mehr. Und fange an, weiter Klammern aufzulösen. Einfach alle Klammern auflösen. 2 mal minus 8 sind minus 16. 2 mal minus 12 sind minus 24x. 2 mal minus 6 sind minus 12x hoch 2. Minus 2x hoch 3. Jetzt 4 mal die ganze Klammer. Plus 48 plus 48x plus 12x hoch 2. Ich kann hier schon was vereinfachen, sehe ich. Diese minus 14x kann ich mit der plus 14x kürzen. Da habe ich übrigens das x vergessen. Schade, viel mehr kann ich nicht wegstreichen. Also, die Klammer habe ich fertig. Mir fehlt minus 28. Das ist weg. Minus 3. 2 mal minus 18 minus 16 plus 24x. Minus 12x hoch 2 plus 2x hoch 3. 12 mal diese Klammer sind plus 48 minus 48x plus 12x Quadrat minus 28 minus 3 gleich 2. Jetzt müsste man theoretisch einiges schon streichen können. Minus 24x plus 24x minus 2x hoch 3 plus 2x hoch 3. Plus 48x minus 48x minus 48x. Und das war es vorläufig. Fassen wir mal zusammen, was wir haben. Ah, doch, es gibt doch was. Sehen Sie hier. Minus 12x Quadrat plus 12x Quadrat. Hier minus 12x Quadrat plus 12x Quadrat. Das ist gut. Also, zusammenfassen. Minus 16 plus 48x minus 28x minus 3. Minus 16 plus 48x minus 28x minus 3 gleich 2. Ich habe links nur noch Zahlen. Die rechne ich zusammen. Minus 16 plus 48x sind plus 32. Minus 28x sind plus 4. Minus 3 sind 1. Hier ist genau das gleiche nochmal. Habe ich also auch 1. Damit bleibt mir übrig. 1 plus 1 gleich 2. Ich habe eine wahre Aussage erhalten. Und bin endlich fertig. Damit, eben wegen der wahren Aussage, habe ich bewiesen, dass diese Funktion tatsächlich punktsymmetrisch zu dem Punkt ist. Viel Rechnerei. Aber wie gesagt, die Denkarbeit ist eigentlich nicht so hoch. Die Denkarbeit ändert hier meinetwegen eine Zeile später. Der Rest ist nur blödes Rungerechnen. Und wie gesagt, die Denkarbeit ist ganz schön. Vielen Dank.